Auf dem Mondial de Paris präsentiert der Hersteller mit dem John Cooper Works Clubman einen neuen Topathleten im pragmatischen Kleinwagen Segment. Der fünftürige Kombi wartet nicht nur mit dem stärksten jemals im Mini eingesetzten Motor auf. Er gibt sogar sein Temperament auch über vier angetriebene Räder an den Asphalt weiter. Der Vierzylinder-Motor mit 2 Liter Hubraum bietet 231 PS und dank Turbo ein Drehmoment von 350 Nm, sodass der Sprint auf 100 kmh in 6,3 Sekunden erledigt ist.